Herzlich Willkommen bei den Hühner Dieben. Lukas ist wieder am Start. Ich bin der Olli und wir spielen wieder mal The Culling. Hi Leute! Gucken wie erfolgreich wir jetzt werden. Ja, gucken wo der Lukas hin ist. 377 Meter und er rennt von mir weg, wie ihr da seht. Der kleine Banause rennt in die falsche Richtung. Ich bin ein kleiner frecher Hühner Dieb. Ja, ein kleiner frecher Hühner Dieb auch, weil ich meinen Steam leider nicht gemute. Das heißt alle können dich anschreiben. Ich weiß ja nicht mit der neuen Brücke. Fällt dir nicht oder was? Weiß ich nicht. Der alte Skin war halt auch cool. Aber ich müsste jetzt aufhören die architektonische Landschaft zu bewundern und... Ja, ich lote hier ein Häuschen gerade. Ach shit, jetzt habe ich mir ja ein Messer gebaut, aber bin ja hier auf 5 Waffen gebaut. Einmal Explosive Runs geben. Einmal XS. Sooo... Kommst du zu mir, mein Lieber? Ich loote noch schnell das Haus hier, weil ich gerade... Achso, du bist ja auf dem Haus. ... nichts habe und da du ja looten gegangen bist, habe ich jetzt wenigstens einen Speer. Ja, wir sollten auf jeden Fall am Anfang immer, wenn möglich, noch ein Haus looten. Oh, eine Bandage. Gar nicht schlecht. Ich habe eine Bandage, einen Speer und Iron Skin. Boah, wenn es halt zu gefährlich wird... Dann gehe ich drauf. Genau, dann sollten wir... ... äh, drauf gehen. Einer ist alleine, laut Anzeige. Gut, hab ich mich gerade ausgesperrt mit der Tür. Und weiter geht's. Tja, leider keine grüne Kiste gefunden. Und hier geht's. Bei mir wird gerade der Gift tanken. Ja... Ich komme mit dem Berg nicht hoch. Skill! Jawoll. Überlege... Echt. Ich höre die Schritte, Olli. Das sind nicht meine. Ach, das sind bestimmt deine. 100 Meter hört man die? Ja, locker. Ja, also ich habe ein Holzschwert. Ein Holzschwert? Nein, nein, hier ein Stein. Ja, du rennst gerade ins Gift oder in Richtung Gift. Ja, ich komme zu dem Berg hoch. Ich höre hier noch mehr Schritte, sind das deine? Haben die die Schritte lauter gemacht? Du hast Asthma, nimm mal dein Asthmaspray. Äh, ja, warte. Lukas, hier ist noch einer. Bleib mal stehen. Ich habe eine reingekriegt. Ja, ich habe dir den Stein gegen den Kopf geworfen. Dein Ernst? Ja, greif mich an, Olli. Nein. Ähm, coole Punker-Frisur. Ich heile mich auch gerade wieder. Ich habe mir jetzt selber 19 abgezogen. Du heilst, du heilst dich nicht. Du tust dir weh. Warst du hier schon drin? Ach, hier warst du bestimmt schon drinnen, ne? Ja, ja. Ich habe mich gerade auch ein bisschen gewundert, dass du da runter gehüpft bist. Wir rennen jetzt. Ich bleib jetzt auch hier unten. Ich renne jetzt nicht den Berg wieder hoch. Ja, wir rennen Richtung Norden, okay? Um den Bunker? Ja, warte, ich crofte mir noch mal ein Satchel kurz. Du hättest dir mal eine Bandage geben, Altair. Ne, ich heile mich hoch. So, hast du diesen, äh... Ich habe meinen Lieblings-Perk wieder drinnen, weil du mich ja immer verletzt und schlägst. So, dann kann ich dir ja extra weh tun. Das war knapp gerade. Junge, Junge, Junge. Ich bräuchte noch ein Stück Holz, damit ich meinen Rucksack machen kann. Ja, hier liegt was. Hier ist jemand. Guck mal, ob er alleine ist. Ich bin nämlich ein kleiner Feige-Hühnerdieb und verstecke mich immer gerne und halte mich wieder hoch. Aber er macht hier den Gastank an. Den Gastank an. Ja, keine Ahnung warum. Können wir gehen hoch in den Bunker? Oder wird der auch voll gegast? Ne, ne? Ne. Ich glaube, es hört vor der Tür auf. Ne, auch ein schlechter Bunker. Ja, der Bunker ist gegen... Ist hier auf dem Berg gebaut, das ist aber nicht unbedingt, glaub ich... Ist dein Bunker eigentlich die richtige Betitelung? Oh, guck mal hier. War Spider-Man am Start. Kann man da jetzt durchkriechen und wird da nicht getroffen? Oder man baut's halt ab. Dann heißt das aber auch das... Oh, hier ist ein Alarm-Gun. Oh, hier ist ein Alarm-Gun. Nice, äh... Damit... Gib mir die mal. Ich schieß gerne, äh... Airdrops damit runter. Nicht hinter dir. Auch ganz lieber voll geworfen, ohne Kraft. Schade, ich hätte gerne so eine kleine Alarm-Gun in meinen Rücken gekriegt. Achso, ich kann mir auch meinen Airdrop schon leisten, wohl. Lass mal da hinten rausgehen, da ist schön glücklich. Kann ich dir mal rufen. Hallo, Airdrop. Warum bin ich so allein? 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 Warum kommst du nicht hier lang? Ja, mach ich doch. Ich hab nur... Achso, da hinten ist ja auch ein... Ja. Äh, du hast in alle Schrecken nochmal reingeguckt? Ja. Deswegen hab ich hier die Alarm-Gun gefunden. Hier ist das Funk leer. Hier ist auch gleich ein Airdrop. Ja, genau. Da ist häufiger mal ein und da... Wollen wir die Kameras kaputt stechen? Äh, glaub nicht. Die sind... Unberührbar. Mach mal die Tür zu. Ja. So, also ich hol jetzt meinen Airdrop und mal gucken, ob wir... den Random Airdrop auch sehen, dann könnt ich den... hier einen runterholen... äh, den runterholen. Hahahaha. Alter, du siehst aus, Junge, ey. Was denn? Wegen meiner coolen Frisur? Nein. Ich finde, wenn... wenn man hier bei The Culling läuft, guck mich mal an, Olli, und geduckt ist, sieht das aus, als hätte man in die Hosen gekackt. So Entengang-mäßig, ne? So ein halber Entengang. Nanananananananananana. Also ich hör' ihn, aber ich seh' ihn nicht. Obwohl hier gar nicht viele Bäume sind. Ich glaub' der kommt aus dem Süden, ne? Die Anzeigetafel kann ich hier auch nicht sehen, das ist auch sehr cool. Ähm, Olli, wollen wir danach eigentlich direkt, äh, Leute jagen? Mhm. Ja, ich hab' ja schon nen Speer. So, du hast nischt, oder? Doch, ich hab' nen Speer. Nen, äh, Tier 2 Speer. Der ist ja Coach. Ne, ist er nicht. Ist besser als... Wo ist denn das jetzt runtergekommen? Bin ich bekloppy, oder was? Ich hör' den Airdrop noch. Naja, ist der hier oben runtergefallen? Alter. Siehst du grad, wie weit die Drohne... Ach, die fliegt grad wieder hoch. Alter, ich bin ja so'n Super-Noob. Wo ist das denn hingefallen? Jawoll. Ach, da unten, da unten. Ach, lass liegen, wir brauchen den Airdrop nicht. Alter, die fallen ja richtig weit, oder? Naja, wenn du halt ne Stunde vorher abschießt, dann fällt der halt irgendwo anders hin. Ist hier dein Loch? Bist du hier aus deiner Kiste ge... Deine Box hier? Deine China-Box? Wat? Na, ist hier so ne China-Box. Wo ist ne China-Box? Na, hier. Achso. Oh-oh, hoffentlich wird's in dieser Runde kein Hühnerfleisch geben. Oh doch. Wir wollen ja... Hühner. Achso, ja, wir knuspern die ja. Weil bin ich doch Vegetarier. Oh, da hinten sind Leute. Im Tunnel? Oh! Was machst du denn jetzt? Ich dusche? Wie sieht das denn hier gerade? Wie sieht die mit der Alarmgarn an? Oh, die wir... Ah! Diese getrapped da hinten kommt, ey. Wir gehen vorhin uns die Arschgesichter. Warum schmeißt du denn deinen Alarmgarn hier weg? Weil ich alle Huhn in die reingedrückt habe schon. Ach, hier könntest du verkaufen. Kack kaufen. Für Leute ins Gesicht prügeln. Das ist wahrscheinlich wieder ne kurze Runde. Die sind doch da, die werden doch gerade angegriffen. Ja, ja. Das ist wegen, ja. Okay, wir gehen. Ich geh jetzt, ja. Oh, wie viele das sind. Rein da! Ja! Ja! Meiner ist tot! Was hier alles rumliegt. Ich lass mal den Loot liegen. Boah, wie gern würde ich jetzt was werfen. Mit mir ist es kotzübel. Komm zurück! Komm zurück! Der ist, der ist runtergefallen. Komm zurück! Ja, lass den runterfallen. Lass jetzt hier... Ich will ihn snipen. Hier ist ein Mantracker. Komm doch mal zurück in die Kiste, ins Loch. Hier liegt ein Speer. Ich bin hier runtergefallen, Uli. Ich bin hier runtergefallen, Uli. Ich muss, äh... runtergehen. Ja, loote da ruhig. Das ist cool. Runtergefallen, leider. Rucksack. Ähm, save mal bitte mein, ähm... mein T3, äh... Ich hab grad meinen Speer weggeworfen. Wo hab ich ihn jetzt hingeworfen? Hier liegt er. Warte mal! Ich muss mal kurz hören, wo der Dude ist. Jag den noch. Ah, ne. Der ist... Der rennt. Ich hab noch einen Iris-Kind. Was sollte ich jetzt saven? Äh, mein Baseball-Bat. Ich hab, äh... Ich hab den Speer nochmal gefunden. Hier liegt ein Mantracker. Ja, der... der Shit ist mehr als wir tragen können. Das ist immer mehr als wir tragen können. Ich hab jetzt zwei Bandagen, einen Speer und eine Machete. Oh, man könnte es auch schön verkaufen, ne? Ja, ja, klar. Nimm die wertvollsten Sachen mit. Wir gehen hier zu der Radar-Station. Ah, hier ist der... Ich hab die Preise nicht im Kopf. Hier ist noch ein Mantracker. Hast du noch Platz? Ja, klar. Hier, ich hab den genommen. Ähm... Hier, ich hab den Kukri noch. Das ist in der Level-3-Klinge. Wo liegt die? Also, hast du die benutzt? Also, die hab ich in der Hand. Ich hab ne Machete. Ja, äh... Brauchst du ne Bandage? Hier, nimm mal die Level-3-Klinge. Nimm mal die Level-3-Klinge. Nimm mal die Bandage. Ja. Da rechts. Also, von dir aus links. Danke, Olli. So. Dann kann ich die Machete ja eigentlich verkaufen und dann könnte ich den Mantracker mitnehmen. Ja, und ich nehme hier diese Axt nochmal mit. Ich will jetzt... Ne, ich schmeiß das jetzt runter und wenn das einer findet, kann er sich freuen. Kann er sich... Kann er mich damit töten. So, wollen wir weiter jagen? Oder? Ja, definitiv. Ähm. Ich find ja blöd, dass man die Sachen jetzt nicht umlegen kann, ne? Dass man jetzt, wenn das einmal auf 1 hat, dann ist das halt immer auf 1. Ne. 99 Meter Nordwesten. Achso, ich hab... Dann lass ich meinen Mantracker da, wenn du einen hast. Ähm. Olli, du musst einfach nur, wenn du jetzt sag ich mal... Ja, ich muss es halt... Ich muss es auf den Boden werfen und dann rumswitchen. Nein, du musst einfach nur die Nummer gedrückt halten, dann auf der du das haben möchtest. Öh. Dann öh 3. Cool. Wieder was dazugelernt. Oh. Oh. Oh, with a gun. Unangenehm. Unangenehm. Mh. 5. Das ist ja cool. Man kann also doch sein Inventar... Ordnen. Scheiße, den einen hätte ich noch bekommen müssen. Jaa. Der wäre wieder zu gierig gewesen und dann... Nein, nein... Also ich hätte den... Im Kampf kriegen müssen. Wir haben ein komplettes Team ausgelöscht, ne? Der Tracker sagt Nordwesten, 99 Ja, in der Mitte sind auch drei Kisten. Wollen wir da hingehen? Na dann, ja Ich lass den Behindertensperr mal hier und crafte mir noch ne Ja, wir haben drei Leute gekillt Also ich hab zwei umgelegt, glaub ich, du einen, ne? Ja, aber die hatten auch... Die waren auch alle fast down Das war super geil einfach Schön abgestaubt, ja Weil die noch die Dynamit alle genommen haben Ja, genau Ja, in der Mitte sind halt die Kisten Ich hab ja gar nicht geguckt, welchen Airdrop ich hab Ähm, Armor, ach ne, klatsch Ach hier, ich hab, äh, den mit dem Hammer Du bist der Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer Ich öffne eine Kiste, Hammer Die eine ist schon offen, ne? Ach ne, die qualmt nur Ich hab den richtigen gefunden Ach Hier, äh, Armor Amore, ich hab noch ne halbe Armor Ja, ja, ich drei Viertel Ich hör hier grad Schritte, bist du das? Ne, wir werden hier von Beeren angeschossen Versteck dich, Bear Grylls Was sollst du denn wieder da rein? Du bist da weiter angeschossen, was sollst du denn wieder rein da? Boah, es tut nicht so doll weh, wir haben ja Sexkin Hinter dir ist einer Hinter dir, Ui Der andere holt sich grad ne Bandage Ich konnte ihn davon abhalten Ich muss rennen, Olli, renn auch, wenn du kannst Wo bist du denn hingerannt jetzt? Nordwesten? Ach so Er wirft was nach dir Er hat mich auch getroffen Kannst du weiter rennen, oder? Ja, ja, ich kann weiter abhauen Ok, ähm Dann renne ich da hinten zum Haus und heil mich Im, äh, Südwesten die Hütte, die große? Im Nordwesten Hier ist... Hier ist jemand, ist aber hier Ich glaub ich geh gleich da, Olli Ich bin doch auch bei dem Haus, wir sind bei dem gleichen Ja, aber hier ist jemand Ich hab ihn vergiftet Aber er hat auch Giftpile Heu mal eine bitte Willst du ihn? Der kotzt schon, ja Er hat mich zweimal nicht getroffen Ich hab keine Stamina Ich geh grad halt auf den Deckel von ihm Gib ihm von innen Boah, ich hab grad gebrochen Ich wollt grad rennen, oder? Kommt noch ein bisschen Essen aus mir raus Ich schwitze, er wolle dir auf mich zu, zu spucken, während ich dir ins Gesicht kühle Jawoll Ich geh mich jetzt heilen Geh zu zuerst Ich hab 35 Leben 46 Ja geil, nehm, ich hab da einfach die ganze Zeit die Gewehrschüsse von dem gekassiert habe und es einfach nicht weh tut Meine Rüstung ist jetzt weg Hm Ja Könnt noch mal in der Mitte checken Ob, ähm Also ich bin jetzt voll geheilt 99 Meter im Süden Also 99 Steps Ich hab halt auch noch einen Iron Skin, ne? Ja, das ist jetzt So geil Soll ich mir noch eine Rüstung croften? Was machst du gerade? Ich mach mir einen Bogen Ja, lass mal, lass mal noch ein bisschen Rüstung, Rüstung croften Ach, das ist ja die gute Bandage Ja, da würde ich sogar fast überlegen, die bis zum Ende aufzubauen Ja, genau Kannst du nochmal auf den Tracker zwischen dich gucken, weil wir hier Den hab ich gerade abgelegt Ja, auch einen Airdrop, glaub ich Jetzt bräuchte ich noch einen Stein, liegt hier ein Stein? Warum liegen denn hier in die Steine? Alter, hab ich mich gerade erschreckt Hau nochmal einen zweiten raus, bitte Eigei Deine Body Armor Deine Body Armor Wir sind hier Vor ein Tuch Der hat einen Revolver Ich hab ihn gebacksteppt Er hat seinen Revolver verloren Ja Pfefferspray Zieh dich zurück, zieh dich zurück Raus aus dem Gift Ja, ich werd hier leider im Gift verprügelt Kommt er da raus? Was, was rennst du denn da rein? Oh, ich bin tot Nein Ich hab noch elf Leben Ja, ich bin auch gestorben Ah, ich war noch im Gift drinnen Okay Suizidal Schade Schade Ja, wir haben einen schönen Schaden rausgehauen Auf jeden Fall Was kriege ich denn noch Schönes? Wie viele Kids haben wir abgesagt? Ich hab einen Ich glaub du hast die da zwei bis drei Ich hab drei Naja Ja, vier Zwei Teams rausgenommen Jutz Ja Wie immer Auf jeden Fall Bis gleich Tschau tschau B-b-b-b-b!